Hey ho ihr Lieben, servus und grüßt euch zu einem kleinen Update-Video von mir, mal wieder. Ich wollte euch nur nochmal Bescheid sagen, dass ich jetzt ab dem 27.01. weg bin bis zum 24. Februar, also knapp 4 Wochen. Und in dieser Zeit wird es ein paar Videos geben, der Upload-Plan, den Upload-Plan findet ihr unten in der Videobeschreibung, einfach mal runde scrollen, dort findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr natürlich gerne auf Twitter oder hier, also unten die Kommentare vollhauen und mich fragen, was ihr wollt. Fragt alles, fragt mich einfach irgendwas. Genau, und der Upload-Plan sieht ungefähr grob wie folgt aus, viermal kommt Gripped of the Negro Dancer raus, jeweils einmal die Woche, dann, der erste Teil kam schon raus, also jetzt noch drei Wochen in Folge, bis zum 19. Januar, glaube ich, genau. Und dann Escapist, kommen zwei Folgen raus, die ersten zwei Wochen, wo ich jetzt weg bin. Ich konnte leider nicht mehr aufnehmen, ich wollte noch ein bisschen was vorproduzieren, aber ja, die liebe Zeit rennt einfach davon und dann kann man nichts aufnehmen. Äh, Let's Cook kam raus, find ich sehr geil, das Let's Cook ist grandios geworden und tierisch geil geworden, ich mag alles daran. Äh, es klingt ein bisschen sarkastisch, was ich hier gerade gesagt hab, aber es stimmt, es ist, ja doch, wird eins meiner besten Let's Cooks, auch wenn einige schiefgegangen ist. Dann kommt auch eine Folge, Retro Sehnsucht, Retro Sehnsucht, mal wieder ein Super Nintendo Spiel, ich könnte auch mal ein anderes Spiel angehen, aber Super Nintendo hat einfach die geilsten Spiele überhaupt, so, find ich, ist eine mit der besten Konsolen, da seht ihr sie, da. So, und zwar Retro Sehnsucht mit Star Wars The Return of the Jedi. Cheddar Käse. Ähm, genau. So viel dazu und dann möchte ich euch bitten, dass ihr, wenn ihr Ideen habt für mich, für Let's Cooks oder Let's Plays, diese mir gerne zukommen lasst, in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf Instagram oder per Post oder per E-Mail, ihr könnt mir auch eine Brieftaube schicken, einfach an, äh, Sashi die Brieftaube schicken, die weiß dann schon, wo sie hinfliegen muss. Glaub ich, wenn nicht, kommt sie irgendwo an und irgendein Typ würde halt ein Let's Play machen für euch, weil er sich denkt, hey, cool, eine Brieftaube und da steht drauf, ich soll ein Let's Play machen, also mach ich das. Äh, aber es wäre schon schön, wenn die Brieftaube zu mir kommen würde. Äh, was rede ich hier eigentlich für ein Bullshit zusammen? Nun denn, das ist, glaube ich, so grob das, was ich sagen wollte, jetzt sind schon wieder drei Minuten rum. Und, äh, Kommentare beantworte ich, eventuell weiß ich nicht, wie ich Zeit habe, steht hier noch. Genau, ähm, ich habe mein Handy dabei, Laptop, PC bleibt hier, logischerweise kann ich nicht mitnehmen, auf, dorthin, wo ich hingehe. Und, äh, ja, dann sieht man sich in vier Wochen wieder. Hauen sie, rinnen können sie raushauen. Macht's gut und eine schöne Zeit euch. Ciao! 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 Untertitelung. BR 2018